Was ist Diversity für Deutsche Post DRL Group? Und das betrifft Vielfalt in all ihren Facetten. Also wir glauben, dass Vielfalt in einem Unternehmen, insbesondere in einem Unternehmen, das so groß ist wie das unsere, gezielt gefördert werden muss. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen. Das fängt an mit Kennzahlen. Das kann man natürlich nicht für alle Dimensionen von Vielfalt machen. Aber zum Beispiel, wenn man an so ein Thema wie Frauen denkt, dann versuchen wir einfach erstmal über Kennzahlen Transparenz zu schaffen, um mal zu sehen, was ist denn eigentlich der Sachstand und dann auch zu wissen, von welchem Niveau aus müssen wir uns verbessern. Wir haben einen ganz breiten Maßnahmenkatalog, eine ganze Reihe von Aktivitäten und wir haben auch eine Vielfaltsorganisation. Wir haben ein zentrales Team, was wirklich unternehmensweit Vielfaltsaktivitäten koordiniert. Und wir haben in unseren Unternehmensbereichen Personen, die ganz gezielt in den Unternehmensbereichen das Thema Vielfalt vorantreiben. Vielen Dank.